Im Retail Outlook schreiben Sie, dass der Onlinehandel ein starkes Wachstum hat und vor allem auch Zukunft wird haben. Welchen sind denn Haupttreiber des Wachstums oder gibt es auch Hemmnisse für das zukünftige Wachstum? Seit dem mobilen Internet, also unsere Smartphones im Hosensack mit uns durch das Leben gehen, hat sicher die Dynamik nochmals stark zugenommen vom Onlinehandel. Und wenn man schaut, wie die jüngeren Generationen heute funktionieren, kann man davon ausgehen, dass das wie prognostiziert wirklich stark wieder anziehen wird. Am Schluss entscheiden natürlich mitunter die Logistik, weil die Leute relativ zügig Bestellte zu Hause dann auch haben wollen und sie wollen es dann zu Hause haben, wenn sie zu Hause sind. Also wenn die Logistik noch besser funktioniert, was eine grosse Herausforderung ist vor dem Handel, dann könnte es noch schneller weitergehen, als es aktuell schon geht. Ja, eins der wichtigsten Treiber ist das Thema Connectivity. Die Konsumenten trennen nicht mehr zwischen Online und Offline. Alles ist Shopping und dementsprechend müssen sich auch Verkäufer umorientieren. Es geht nicht mehr darum, dem Konsumenten irgendetwas zu verkaufen, sondern er möchte beraten werden und damit er sich in dieser Vielfalt der Angebote besser zurechtfinden. Ja, die Haupttreiber sind Bequemlichkeit. Also auch wieder die Digitalisierung. Mit dem Smartphone können wir heute ganz bequem und einfach shoppen gehen. Wir haben eine unglaubliche Preistransparenz, eine unglaubliche Auswahl. Es ist sehr einfach, man kann das alles von der Couch zu Hause aus machen. Das ist wirklich der Haupttreiber von dem. Dann haben wir natürlich die ganz Jüngeren, die eigentlich so aufwachsen mit dem Smartphone, die gar nicht anders kennen, die immer wie mehr auch den Grossteil oder einen grösseren Teil der Bevölkerung stellen. Also das geht fast automatisch, dass das ein Wachstumskurs bleibt. Wenn wir jetzt auf die Hemmnisse gehen, das ist fast noch schwierig, Hemmnisse zu finden. Ich würde mal sagen, es braucht auch einen gewissen persönlichen Kontakt. Es braucht auch nach wie vor ein physisches Wachstumskurs, die man kaufen will, anlangen. Also es gibt nach wie vor eine Daseinsberechtigung für den stationären Handel, ganz sicher. Der wird aber viel mehr in Zukunft müssen auf den Erlebnischarakter setzen, auf den persönlichen Kontakt mit dem Konsumenten und dort probieren zu punkten. Wird es in Zukunft noch einen Detailhandel in kleineren oder mittleren Quartierzentren in der Stadt Zürich geben? Da bin ich überzogen, dass das wird geben. Aber es wird viel mehr an die Bedürfnisse des Quartiers werden. Wenn Menschen in diesem Quartier schlafen und in der Innenstadt arbeiten gehen, dann braucht es viel weniger Detailhandel, weil wenn die Menschen aus der Innenstadt zurückkommen und der Detailhandel hat zu, dann hat es keinen Bedarf für den Detailhandel im Quartier. Aber ich bin überzogen, dass es je länger je mehr auch eine gewisse soziale Komponente braucht, die wieder stärker zum Leben kommen. Das heisst, heute machen wir vieles elektronisch und wir sind vielmals allein und der Mensch braucht soziale Kontakte. Und da kann das Quartier vielleicht eben helfen, dass in einem Quartierzentrum nebst einem Dorfplatz, wie wir das früher hatten, mit den Angeboten vom Detailhandel, eben auch wieder den Arzt braucht. Es braucht einen sozialen Ort, wo Menschen sich austauschen können, wo Menschen treffen können. Das ist aber, wie gesagt vorhin, sehr stark vom Quartier, von den Bedürfnissen und vom Angebot, vom Wohnen, von den Menschen abhängig. Wie sieht denn die Zukunft der Shoppingcenter aus, in oder um Zürich? Was sind da die Herausforderungen? Die Shoppingcenter, die sich nicht klar positionieren können, in welcher Marktniste sie spielen wollen, die könnten es schwierig haben. Grundsätzlich sind aber die Shoppingcenter um die Region Zürich, dort hat es so viele Leute, die einkaufen gehen, dass die Umsätze wahrscheinlich nicht dramatisch zusammenbrechen werden. Ein gutes Beispiel ist das Seal City, das sich klar als Urban Entertainment Center positioniert hat. Andere sind noch so wie jedes andere Shoppingcenter auch. Ich glaube, dort muss man den USP vom einzelnen Center für sich finden. Ich bin überzeugt, dass es auch künftig Shoppingcenter geben wird, aber die müssen sich mit ihrem Angebot zusammen ändern. Weil, was ist der Grund, dass wir in ein Shoppingcenter gehen? Das ist nicht unbedingt die Architektur, es ist vor allem das Angebot dort drin. Und das sind die Retail- oder der Detailhandel. Und wenn sich dort der Detailhandel ändert und der Betriebe vom Shoppingcenter das aktiv bewirtschaftet und zukunftsträchtige, spannende Konzepte zu sich nimmt, dann bin ich überzeugt, dass auch die heutigen Shoppingcenter überleben können. Ob das alle sind, ist eine andere Frage. Aber wenn man gerade die grossen Drei nehmen rund um die Stadt herum, im Norden Hemmereis, im Westen Hemmereis, im Süden Hemmereis, da bin ich überzeugt, dass die überleben werden und genug agil sind, um sich wieder zu erneuern und so ein attraktives Angebot für die Kunden zu machen. Aber ich bin überzeugt, dass es gewisse werden, die Schwierigkeiten haben werden, wo vielleicht ein zu kleines Einzugsgebiet haben oder einen falschen Ort, wo ich mit dem Auto zu wenig gut herkomme, wo ich zu wenig Kunden generieren kann. Dort wird es sicher zukünftig schwierig werden. Die Existenz kann sein, dass das mal zu einer Veränderung kommt.